Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von TTT mit Lid, Edas, XJ, Bram, Daluka, Zepp und ja, ich bin tot. Wer ruft heute? Delete den Dalu. Nein, du hast nen Shot, ja nein. Du drückst mir wahrscheinlich gleich wieder so nen Lucky-Gerb-Shot, oder? Lucky, ey, du hattest Glück, dass du mich vorher getroffen hast. Bestimmt so ein Lucky-Hatch-Gerb. Jetzt geh weg, ey, Jay hat mich schon gedacht, verfolgt mich. Ja, warum denn nicht? Lucky-Hatch-Gerb-Shot-In-Coming-Go! Wie er sich vor die ganze Zeit verfolgt. Wo ist er hin? Ja, tschüss. Delete. Ich hab glaub ich den Geist vom letzten Mal ausgetrieben. Zepp steht auf ner Insel. Nein, er hab ich gepuzzelt. Da ist er! Aha, was ist denn das? Peter! Fuck, da läuft mich drüber! Was ist der damals? Oh, Peter! Guck mal, Jay! Na, an der Ecke, guck mal. Nein! Ah! Peter! Jeder Personal Space! Abstand! Ich wollte eigentlich der TNT wegschießen, aber wir sind glaub ich zu nah dran. Abstand halten! Da kommt noch einer! Brahmin! Oh, Christian! Ja, ich muss runter! Das kann ja was gehen! Ich kann nirgendwo hin! Brahmin hat keine Sniper in der Hand, glaub ich. Ich glaube, Bram hat keine Sniper in der Hand, glaub ich. Doch, der hat eine Sniper in der Hand! Flieet! Ihr Nacht! Flieet ihr Nacht! Schon ist der ganze Berg leer! Easy! Solang der keine Giftspritze in der Hand hat, ist doch alles gut. Jetzt nicht den Berg sprengen! Ah, ich bin noch nicht ganz oben. Peter ist auch nicht mehr ganz oben, lohnt sich gar nicht. Sprengen! Oh, oh, oh! Aber nicht mit den Schuhen! Peter, Jay ist hinter dir, ne? Ja! Woah! Halt! Oh, hier ist der Lava! Ui! Der Boden ist Lava! Ist nicht so geil! Möwe! Oh nein! Autsch! War das nicht die Map-Möwe? Heißt das nicht Taube? Ging denn jetzt hier ab gerade? Hier ist doch schon wieder was drüber! Da ist einfach noch ein Schild! Moonbeak explosion! Sepp ist auf der anderen Seite! Sepp sitzt unten auf der Insel! Ich mach mir einen schönen braun! Hallo Jay! Du machst dir einen schönen braun! Ich hab wenn ich... Du machst dir einen schönen braun! Kackst du jetzt da in der Ecke oder nicht? Ja, ich mach mir einen schönen braunen Bauch! Ja, okay! Andere Richtung! Was ist los? Wie kommt man denn da hoch? Damit haben wir nichts zu tun! Oh, na! Oh, Alter! Peter, ich bin dein Freund von Jayve an dich verraten! Ja, ist... Ja, das stimmt allerdings! Oh, oh! Jake geht im Nahkampf! Ah! Oh, Alter! Nicht mehr! Ich will jetzt da endlich hoch! Ich glaube, dass das schild ist! Ich glaube, dass wenn ich tot bin, dann macht mich Peter ab! Ja! Endlich! Oh! Rammertschatlich! Hallo! Da oben ist er gestorben! Dalo hat ihn gemacht! Hallo, nicht ganz oben! Alter, Dalo hat mich fett getroffen! Oh, shit! Ich seh ihn nicht! Der ist ganz oben am Berg und Bram ist wahrscheinlich dann der andere? Peter! Jetzt hör... Einer von euch beiden muss es noch sein, da hinten! Ne, stimmt gleich, Jay kann das auch noch sein! Den hab ich noch nicht gefunden! Okay, dann ist der andere wahrscheinlich Jay, weil der sich nicht meldet. Jim, ich hab ja auch nicht gesagt... Danu! Es waren beide... Und deswegen ist alles passiert, aber... Die Arschkram... Ich seh ihn nicht! Bram, wo ist er denn? Ich hab ihn getötet! Was? Von wem wurdest du getötet? Ja, vor allem leider von dir! Oder? Yes! Du staubst aber heute wieder ab! Alter, Peter! Ich hab ne Millisekunde danach, hab ich Dalu voll in seinen Ding Hedder gegeben! Oh, dann war ich schon tot! Aber woher... Woher hab ich das dann durch? Er hat mir einen Hedder gegeben! Ja, weil er... In meiner... In meiner Zukunft war Dalu tot! In meiner Zukunft, ey! Du hättest mir einen Hedder gegeben, wenn du noch am Leben gewesen wärst! Mir hast du schon wieder einen gegeben! Du hast mich mit einem Schuss wieder niedergeschossen! Oder hast du mehrmals geschossen? Ne, ich hatte gewartet, bis du wirklich mal... Du bist ja dann immer... Am Ende nur noch einen Schritt vor, einen zurück! Und da hab ich halt gewartet! Ich hab's Dalu blöderweise etwas leicht gemacht! Ja, du warst ja auch schon... Du hattest immer wieder mehr HP verloren! Ich wollte das testen! Wir haben einfach gewartet, bis du fast tot warst! Und dann... Ja, war halt nicht dann zu schwer, ne? Hedt selbst ein Fehler, halt den Hedder! Ich seh ihn nicht! Oh nein! Wo ist er denn? Über mir muss das sein! Ja, ja! Das war echt schwierig, alles! Meine Hülle! Demab krieg ich häufig keine gute Waffe! Ja... Kannst ja kaufen! Ja, kann ich nicht! Aber ich hab jetzt ne gute Waffe! Ist das nicht nice? Der Halu geht da schon wieder hoch! Ich find das nice! Aber diesmal geh ich nicht ganz hoch, weil ich Angst hab gesprengt zu werden! Wo ist der TNT hier? Ist der schon weg? Ja, der ist schon weg! Ist der schon weggeschossen? Sehr gut! Ne, ich war da nicht! Ich bin gepoddet worden! Wohin? Wo warst du? Der war am Strand! J! Nein, wo warst du? Oder Bram! Hier war der! Der war direkt hier! Das müsste Bram sein! Ja, dann muss da Bram sein! Was? Nein, nein, nein! Lass dich jetzt nicht von Jay auf die falsche Wörter locken! Ich war die ganze Zeit da unten! Ich bin verwirrt! Ich weiß leider nicht, wo er in der Zeit hingelaufen ist! Aber warum? Christian war ja anscheinend noch am Leben! Er konnte ja sagen, er wurde gepodet, aber er sagt uns nicht wohin! Ich glaube, ein Traitor hat einen Traitor gepodet! Oh, das ist... Das kann sein! Das stimmt, das kann sein! Oh, das kann sein! Weil Christian gar nichts mehr jetzt sagt, also danach gesagt hat! Er hat keine genaue Angabe gemacht, wirklich! Wo war er so am Strand? Ja, okay! Macht Sinn! Na ist Christian? Christian! Christian hat mich vergiftet! Der hat einen Traitor gepodet! Christian hat mich vergiftet! Ja, ja, stimmt! Ja! Aber trotzdem, Christian hat mich vergiftet! Der ist ganz im Norden der Insel, wenn das Schiff im Süden ist! Und Bram ist der andere, der hat einen Mellen! Ja, ja! Der ist auch im Süden! Der ist tot! Ja, ja! Der Traitor bekommt von mir! Hahaha! Christian ist... Christian ist im Westen der Insel! Jawoll! Easy Game vergiftet! Alter, was ist denn heute los? Guck dir mal bitte meine Waffe nochmal an! Wo habe ich denn eine Mellen? Ja, du warst aber... Du warst doch schon gecallt! Kacke, Bram! Das war ein reiner Reflex! Ich habe den Fall gelöst! Ich habe eine Mellen, Alter! Am Arsch! Ja, okay! Das habe ich halt nur... Das habe ich halt nur gesehen! Aber du warst ja eh schon ein confirmter Traitor aus meiner Sicht! Sieh, 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 sieh! Der Traitor hat einen Traitor geportet! Kreizt! Ja, Christian! Das war echt kacke, weißt du! Ich werde geportet! Oh, ich wurde geportet! Oh, shit! Du darfst nichts sagen! Ja, ja! Wo warst du denn? Ähm... Am Strand! Ja, das war echt... Dann regt der Schreihals wieder, ey! Ja, am Strand! Am Strand! War der... Ich habe mich genau gesehen! So... Oh, Scheiße! Sehr gut gemacht, Peter! Dankeschön! Ey, du warst der Schreihals! Ich dachte, Chris... Hä? Aber ich habe doch gesagt, du wärst am Strand gewesen! Nicht? Okay... Egal! Chase warst du der Schreihals! Chase warst du der Schreihals! Ich dachte, du hättest aufgehend zu reden, weil du tot wärst! Ich habe halt zwei Zeroscope-Snipe-Schüsse... Ja, das war, glaube ich, ganz nice! Du hast dich auch ein bisschen gefreut! Kann das sein? Im vergifteten Zustand! Gar nicht! Im vergifteten Zustand! Das war schon nice! War schon, war schon, war schon nice! War schon nice! War schon nice! Das ist vorgelegt! Muss man da ja auch mal mit Alu machen, Quatsch! Da ist jetzt... Peter! Peter! Nein, ich weiß nicht! Peter ist in der Sion! Okay, Peter ist in der Sion! Aber dann ist der andere Zep oder Jay! Der andere Zep... Jay, einer... Ich bin nicht! Muss ja sein! Also einer von euch beiden ist auf jeden Fall Trader, weil es sind schon zwei Leute tot! Oder du! Es sind schon zwei Leute tot und der Trader lebt noch! Was ist mit dir? Wer frisst denn da gerade? Dalu? Ich lebe noch! Ich such den! Ich such den! Klingt wie ne Lüge! Ist keine Budi! Der ist jetzt in der Enkel! Wo denn? Ja... What? Action Pete! Der größte Held in deiner Welt! Peter! Wer ist dein Kollege? Deine Mutter! Ich schieß auf alles, was mich anguckt! Das ist meine beste Freundin, Junge! Deine Mutter? Die schluckt auch immer, wenn... Ne, nicht MEINE! Du Idiots! Die schluckt auch immer, wenn... Ah ok Peter, was diese komische Familiengeschichten dir erzählst! Kann ich jetzt eigentlich zweimal Juggernaut kaufen? Ach verdammte Scheiß, kann ich nicht! Mach mal! Ok, sehe ich das jetzt richtig, dass zwei Leute mich in die Zange nehmen werden? Nein! Uncool! Der ist wieder hart auf seiner Sniper-Pose! Jo! Das ist uncool! Oh! Ich hab daneben geschossen! Das ist jetzt ein Problem! Wir leben leider! Oh, das ist nicht gut! War das ne Mellen? Was ist denn Jay? War ne Mellen! Da ist Jay! Hallo! Tschüss! Nein! Wasser! Ich falle ins Wasser! Wasser! Bin ich denn da ins Wasser gefallen? Das war dumm! Ah ja, noch eins zum Abballern! Jetzt mal gucken, ob ich den richtig aufgenommen habe! Wenn ich nicht wieder hingehe, falsches wiederbelebe! Hallo Peter! Dankeschön! Wo ist er denn? Äh, Schiff! Ich hab keine Waffe leider jetzt! Ja gut! Der Schiff hat jetzt geschwommen! Sei froh, dass du lebst! Ja, das stimmt! Der ist immer noch Schiff! Hatte Schuss! Oh, oh, oh! Fuck, wo war das denn? Ronshot! Der ist jetzt im Wasser unten, hinten an dem Schiff, im Süden! Oooo! Südliches Teil! Ich sag jetzt einfach, das Schiff ist der Süden! Das ist cool für mich! Damit man das weiß! Der ist jetzt Richtung Westen! Nee, der ist immer noch im Südwesten des Schiffs! Der hat mir doch einen mitgegeben, Alter! Der ist immer noch im Südwesten des Schiffs! Nee, Peter! Der bringt mich bestimmt zweimal um jetzt gleich! Ja, ist okay! Jay, du musst auch nur einen machen! Ich hab die anderen drei! Peter hat sich hier ja gerade schon wieder gelegt, oder was? Jetzt, jetzt machen wir hier so viel Druck! Peter hat sich jetzt echt versteckt, die Sau! Alter! Hat keinen Bock, nochmal drauf zu gehen! Muss man jetzt echt da hinlaufen? Guck nochmal, was der Radar sagt! Und... Er ist immer noch da! Im Wasser jetzt im Norden! Ach komm! Im Norden? Nein, er ist immer noch am Schiff! Im Osten des Schiffes! Alter, du verwirrst mich gerade mega! Ja, ich verwirr mich selber damit! Das ist das Beste! Das ist jetzt oben wieder auf dem Schiff! Was meinst du mit oben am Schiff? Das war Jay! Oh fuck! Nein! Ja, sie saß da easy alles gemacht! Dann kommt Peter vorbei! Aber Jay hat auch noch überlebt! Oh nein, da hat er Dead Ringer gehabt! Scheiße! Das war Jay! Wie Peter uns beide weggemacht hat! Ich hatte keine Muni mehr! Weißt du, ich hatte keine Second Waffe! Und dann hab ich auf die Crova gewechselt! So ne Kacke! Das ist ne gute Alternative! Ja ne, Peter hatte leider noch Schuss in seiner Waffe! Mann, alleine gegen die zwei Nubbels ist aber auch hart! Ja! Ich würd gern wissen, wer bei ner Fake-Leiche wiederbelebt wird, wenn du den Namen änderst! Wenn du ne Fake-Leiche legst, also von dir und dein Kollege belebt die wieder, dann wirst du wiederbelebt! Wenn ich jetzt aber nen anderen Namen eintrage, wird dann die Person wiederbelebt oder man trotzdem selbst? Boah, Alter! Ach Dalu, ey! Erstmal testen als weiter! Voll ne gute Frage, ey! Das würde ne geile Möglichkeit bieten, also jetzt nicht in der Runde, weil du da nen Dete dafür bräuchst, aber dann könntest du ja ne Fake-Inno-Leiche legen! Der Dete denkt, er lebt ihn wieder! Und dann lebt den Traitor wieder! Der was? Der Dete? Detektiv! Achso! Ich find dat cool! Der Dete haben wir doch gar nicht! Der Dete haben wir doch gar nicht! Der Dete haben wir doch gar nicht! Der Dete! Ich hoffe, ich töte damit alle! Okay, jetzt bist du keine Sau, du TNT! Ja, pass auf, Bram! Du stirbst gleich! Gittert nicht! Na, guck mal! Der gelohnt dir die Höhle zu gehen! Ach! Dalu ist zu blöd zum Klettern! Aber ich hab noch keinen Fallplan bekommen, wie manch andere immer, wenn sie da hoch sind! Hallo Christian! Hallo Dien! Wie will man denn auch da hoch Dalu? Das sieht einen doch jeder! Da siehst du aber auch gehen! Hallo Dalu! Hallo! Das ist wahr! Da ganz oben hin wären wir doch eigentlich nur als Traitor, oder? Ich bin bis jetzt jede Runde da hingegangen! Ach, komm bitte doch nicht Dalu! Ich will auch wieder da hingehen! Safe call! Dalu hat sich ab selbst konfirmt! Da! Oha! 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 Dalu muss jetzt sein! Ich weiß nicht mehr, wer es war! Schon wieder? Schon wieder? Oha! 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 Lava ist voll! Oha! Oha! Ich glaub Jay hat nen Sprachfehler! Ah ne ist ja nix! Jay! Weißt du stehst neben P aber das ist ja scheißegal! Seid ihr bald oder was? Ah ne blöd! Das kann zwei sein! Oha! Oha! Gantai P! Jay lernt grade Chinesisch! Find ich gut! Shishang Shia! Oha! Die einzelnen Vokale lernst du grade! Ist Jay grade wirklich gestorben! Aber ich glaub an Fall.. Es ist langbar falsch an! Das ist jetzt da voll easy zu machen! Weil es ist da völlig gefährlich! Bro! Bro! Jay hat sich wieder an seinen eigenen Spucke verschluckt! Was machen wir eigentlich wenn der eine mal während des Zockens erstickt? Müssen wir dann den Notarzt rufen? Die Leklau aufnehmen! Ja! Bra! Bra! Bra is incoming! Da muss doch die Adresse sein! Das ist doch kacke! Alter Bra! Ja das kann man ja rauspiepen mit dem Nachhinein! Ja! Am besten wird wenn der verreckt der aufnimmt! Dann haben wir doch ein Video! Wow! Wär ich da besser! Ja! Ja! Brammen! Was willst du hier? Wo willst du Christian den Tod oder was? Christian! Das hat er nicht gesagt! Jaja! Aber ich weiß nicht wohin Bram ist hinter mir! Was willst du hier? Bram ist schon lange nicht mehr hinter dir du Schwätzer! Der ist grade weggegangen! Ja ja! Du bist immer noch bei mir! Bram ist tot oder? Der ist oberm Berg! Der hat Dalu gerufen und ist hoch gerannt! Hä Bram steht doch hier! Irgendwie glaub ich dir nicht Dalu! Ja da ist er doch! Lebt der noch? Christian! Christian! Da sag ich ja Dalu Christian! Du musst mit dem Mann zum Schweigen bringen den Schrei halten! Das ist ein bisschen lustiger wenn ich das nicht gut heiße! Das ist ein bisschen lustiger wenn ich das nicht gut heiße! Doch Peter du musst das gut heißen! Jay hatte mehr Punkte als du! Okay dann find ich das echt ne gute Sache! Vor allen Dingen einer weniger der mir jetzt euren Kill wegnehmen kann! Problem ist ich weiß nicht wo ihr seid! Anna ist am Berg! Okay! Ganz schön Assi! Ganz schön Assi! Ich bin gepottet worden! Huiiii! Lachen! Da war echt der Elefant aus... Da war echt der Elefant aus... Hahahaha! Dinger versperrt! Huiiii! Ah nein! Ich weiß nicht von wo das kam! Huiiii! Wo ist er hin? Das fragen wir auch! Du hast ihn doch gesehen oder? Ja ich bin... Ich bin... Ein paar Mal gesprochen! Da unten ist er! Ah fuck! Alter! Wie da noch eiskalt das Risiko eingeht! Christian! Nein! Ich hab geschrieben... Ich hab im Team geschrieben... Nicht bewegen! Ja genau! Und deswegen schießt du aber ne Disco da unten rein! Da hättest du sie ja genauso getötet! Wenn Christian gepottet wäre! Aber jetzt hätte ich an der Disco gestorben! Der ist ja hier raus gelaufen! Nein, aber... So geil! Christian! Also... Sepp läuft erst in die Lava rein! Rettet sich gerade! Ist auf dem Fels! Freut sich! Ja! Disco geht hoch wieder in der Lava! Er springt wieder raus! Überlebt! Ja! Und da kommt die Feder! Und er huiii! Und ist tot! Da hab ich... Ich hab die Feder gesehen! Und hab gesagt! Hey komm! Jetzt will ich den Freitod! Jetzt will ich den Freitod! Weißt du wie so ein Stuntman! Der so brennt immer! Und dann rennen die doch immer so weg! Und dann springen die doch! Welche Taste ist Team Shit? Richtig schön! Jetzt wird Punkt! Sepp verpiss dich! Standardmäßig U! Oh! Che! Hallo Team! Ja Peter! Geht noch ein Team! Sepp! 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 Mann, und du bist der andere, weil du die ganze Zeit dumm ablängst. Nein, aber die Frage ist halt gerecht, wenn du halt niemand tot bist. Wo ist der denn? Na, ist klar, Christian. Du hast so wenig leer, ich werd' dich schon lange weggemacht. Hau ab! Ich brauch' nicht abhauen. Hau ab! Okay, dann nicht. Leute, wo habt ihr Sepp denn zuletzt gesehen? Ich hab' Christian getötet. Okay. Er war eh nur. Alles klar. Das war ein bisschen dumm von dir, er hat gesagt. SALZ! Herr Ober! Herr Oberntisch 3, bitte ein bisschen Salz! Und Jonathan! Ich hab' Sepp getötet, Sepp ist tot. Dalu! 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 Dau! Oh mein Gott! Also wer ist jetzt der andere nochmal kurz für mich? Wo ist Dalu hin? Damit ich nicht wieder den falschen abschießen. Dalu ist es. Dalu! Dalu! Dau! 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 immer noch in der kahüte captain salz ist jetzt am besten dahinten ist doch scheiß ich weiß nicht mal wo du bist ist das problem langer weg langer weg ich gebe mir keine ahnung wo du bist du weißt genau wo ich bin jetzt tue ich so nein Hohohoho, im Wasser noch, nice, Dalu. Schön, schön. Da hat er sogar extra die Disco neben das Fenster geworfen, weil er wusste, dass Jay rausgesprungen ist. Ich wollte das Schiff eigentlich zum Kinder nehmen. Das wäre geil, wenn das gehen würde. Du bist so ein mieter Wichser, ich habe es nicht gesehen, weil alles grün. Ich bin dir hinterhergelaufen. Könnte man nicht noch irgendwie CDT umsetzen mit so ein bisschen Engine von Battlefield 3, dass man irgendwie Sachen zerstören kann, das wäre doch super. Ich habe dich auch eigentlich vergiftet, ich habe den Rücken geschossen. Ich habe nämlich vorher auf Bram schon geschossen. Christian, tu mir noch mal leid für den Kill, aber... Ja, macht nichts, aber ich hätte auf dich geschossen, weil du low warst. Obwohl er 100 HP hatte. Er hatte keine 100 HP. Never ever. Ich war halt echt im... Im... Aua, aua, aua! Was wirst du für ne Waffe? Soll das?! Nächste Mal einfach wegmachen hier. Aber heute war wieder ein noscope sniper Schuss von mir. Ich bin gerade in Sniper von ihm. Traitor-Tester... Ich habe doch eine Karte gefunden, die hab ich noch nie gehabt. Ja. Mach es doch mal an. Weil du hat wieder Sachen, die er ausprobieren will. Nein. Nein, ich hab die Karte. Ist das wirklich die Karte für den Tester? Ich heiche arm. Ja, rein. DALU! Ich mach das kaputt. Der ist kaputt. Danke. Okay, Dalu hat gerade Jay gemacht. Okay, das hab ich mitgekriegt, auch wenn ich mit Peter beschäftigt war. Ja, ich hab dann auch mitgekriegt. Wohin ist der jetzt verschwunden? Ich bin weg. Ich hab dich auf wie viel 3 HP oder so geschossen? Ich bin voll. Du bist niemals voll. Das ist Jay. Christian! Also du trinkst wahrscheinlich jetzt gerade. Nein, kann ich leider nicht. Ich würde mal tippen, Sam ist der andere. Was? Warum bin ich der andere? Nee, dann muss einer von euch sagen. Warum bin ich der andere? Nee, ich bin hier auf meiner Insel und ihr könnt mich... Nee, du bist nicht auf deiner Insel, aber ich bin jetzt wieder voll. Okay, da ist ein Problem jetzt. Weiß nicht... Ja, laber nicht, Bram. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Ja, der ist auf der südlichen, äh, auf dem nördlichen Teil der Insel ist er. Da wo du Christian umgebracht hast. Da wo du Christian umgebracht hast. Südlich vom nördlichen Schiff. Ja, boah, nein. Oh, oh, hi, Peter! Nein! Wo ist Dalu? Da ist Dalu! Nicht schlecht, Peter. Ich leb aber da. Leute, du hast das überlebt? Scheiße! Oh no! Das war ein guter Versuch, Peter. Hast du das denn überlebt, Dalu? Ich hab mich absichtlich schlagen lassen, weil ich den Little Helfer hatte und hab den dann in der Luft angemacht. Ah, Mann, Mann, Mann. Ja, guck mal, Dalu ist gespielt. 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 Peter ist noch 2er gewonnen. Ich hab immerhin 6. Peter muss auf Toilette. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Bis nächste Woche. Nein! the weiter an ö BY Untertitelung des ZDF, 2020